Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist dreiviertel elf, eben sind wieder neue News reingekommen. Ich wollte gerade anfangen mit Geschenken machen, habe ein bisschen YouTube geschaut und alles. Adi putzt sich gerade, so wie das aussieht. Und dann sind schon wieder in einigen Gruppen ein paar Sachen rumgegangen, ein paar kleine Texte, was so ansteht, Neujahrsevent hin und her. Jetzt auch die ersten Bosse für Januar angekündigt. Ich wollte nicht voreilig sein, ich habe extra gewartet, bis Pukefans.net zwei schöne Artikel veröffentlicht hat, wo man gleich beide Sachen mit einmal behandelt. Alles anschaulich, auch mit Bildern, übersichtlich hin und her, bevor man einzelne Sachen rausrotzt. Lieber alles in einem Video verarbeiten und damit fängt es jetzt auch an, denn Sabrina hat ja schon angekündigt, es gibt sieben oder acht neue Shinies hin und her, bla bla bla. Und ich habe da ins Wort gekrätscht und gesagt, ne, da kommt nur Pat Sneave und Botogel und Pikachu. Das mit dem Pichu, mit dieser Mütze, was man dann auch entwickeln kann und diesem Fleckmon mit der Brille und Zeugs, das ist extra, ne, habe ich gesagt. So ganz selbstgefällig, wie so ein kleiner Munchichi. Und sie so, meinst du, das ist doch so bis, das geht doch jetzt bis Ende des Jahres, bis 31. Und deswegen hat es Naienti genau so gemacht, dass nämlich bis 31. das Weihnachtsevent ist. Und am 31. noch, 22 Uhr, das Neujahrsevent startet sie, die bekloppt, guck dir das doch an. Und dann kommen sie, Fleckmon mit Brille, Lamus mit Brille. Du entwickelst Fleckmon zu Lamus und die Brille kriegt einfach ne Eins statt ne Null. Wie genial ist das denn? Und Pichu, Pikachu, Raichu, mit komischem Hut, Mütze, was auch immer. Sieht total dämlich aus, aber dazu kommen wir jetzt. 31. Dezember, 22 Uhr bis 4. Januar, 22 Uhr. Schreibt euch das auf, markiert euch das im Kalender. Es gibt doppelte Schlüpfbonbons, also das heißt viel Brüden. Doppelten Schlüpfsternenstaub, also das heißt viel Brüden. Und halbierte Eidistanzen, also das heißt viel Brüden, aber geht nicht raus, denkt an Corona. Aber brütet viele Eier. Verstehst du? Gut. Verschiedene Partykostüme erscheinen erneut. Partyhut hier, Partyhut da, werdet ihr unten nochmal sehen mit Evoli und so weiter. Aber es gibt natürlich auch neue Sachen. Flakmon in einem Kostüm mit 2020-Brille erscheint Wild in Forschungen in Raids und in 2-Kilometer-Eiern. Wild klingt für mich am interessantesten. Ich raide nicht unbedingt Pokémon, die sowieso wild erscheinen. Ich raide Pokémon, die nur in Raids sind, wie Geronimatz. Also bring Geronimatz zurück, dass ich den wieder raiden kann. Ansonsten, gut, ihr müsst ja wahrscheinlich eh Eier brüten wegen Pichu. Kann sein, dass euch da noch ein Fleckmon über den Weg läuft. Ansonsten, Fleckmon. Wer noch keinen Shiny Fleckmon bekommen hat, hat vielleicht jetzt die Chance mit Kostüm. Obwohl hier von Shiny wieder nichts dabei steht. Aber wir haben das Ganze ja gesehen, es war ja jetzt auch bei den Sachen so. Petsniv mit dieser Schleife stand nirgendwo was von Shiny, aber es ist als Shiny da. Pikachu mit dem Pullover ist Shiny. Und Borugel mit dieser Schleife ist Shiny. Wir gehen also jetzt davon aus, dass auch Lamos, Pichu, Pikachu, die ganze Familie hin und her, dass das auch alles dann Shiny sein wird. Wenn nicht, würde es mich nicht wundern. Niantic sagt dazu ja eh nichts. Die warten einfach drauf, ob Spieler was finden und es dann teilen, damit die anderen auch Bescheid wissen. Und das finde ich richtig Mist an Niantic, dass die vorher halt nicht eindeutig sagen, was Shiny sein kann und was nicht. Ich weiß, wie viele Leute haben Raids gemacht bei Kirlia mit Partyhut, weil sie dachten, das kann auch Shiny sein. War es aber nicht. Das weiß ich nicht. Das ist einfach nur, das ist richtig mies. Pichu erscheint mit einem Neujahrs-Partyhut in zwei Kilometer-Eiern und lässt sich in Pikachu und Raichu mit gleichem Hut entwickeln. Das heißt also, Pikachu würde es nicht wild geben? Das ist schade, weil bisher war es eigentlich immer so, dass das Pikachu wild kam, man eins fangen konnte, zu Raichu entwickeln und wer halt das Pichu haben wollte, musste brüten. Aber jetzt müsst ihr theoretisch für alle drei brüten? Oder ist das halt auch wieder nicht alles? Gibt es das trotzdem wild? Das weiß man nicht. Iso erscheint wieder in den zwei Kilometer-Eiern. Radikal, Wohingenau und Waumpel mit Partyhuten erscheinen in Raids. Radikal gab es ja schon mit Partyhut, Wohingenau und Waumpel auch mit Partyhut. Die brauche ich alle nicht. Wer da aber noch einen Shiny braucht, kann gerne raiden und zuschlagen. Sieht auf jeden Fall sowieso lustig aus, alles mit Partyhuten. Auch Klick und Psiyao erscheinen wie so häufig in Raids. Wo ist Geronimatz? Ich will Geronimatz haben. Evoli mit Partyhut erscheinen in Feldforschungen. Brauche ich auch nicht mehr. Wer es noch braucht, gönnt sich's. Der Neujahrshut und die 2021-Brille sind außerdem als Avatar-Kleidungsstück verfügbar. Es wird verschiedene Boxen im Shop geben. Wie findet ihr das Event also? Sagt ihr, boah, richtig cool oder brauche ich nicht? Eigentlich geht's in erster Linie ja wirklich darum, Eier auszubrüten. Ihr brütet Eier aus für das Pichu. Ihr brütet Eier aus für den Staub und die Wombombs. Als Shinies an sich. Fleckbon, wild. Mit Brille. Wenn ihr Becher Pichu, was ihr dreimal brüten müsst, schillern, weil ihr es entwickeln müsst und es nicht wild gibt. Und dann auch nur so ein geringer Zeitraum. 31. Dezember bis 4. Januar. Das ist... Weiß ich nicht. Am besten, sie bringen nichts davon als Shiny. Dann ist alles gut. Wie findet ihr das Event? Schreibt's mal in die Kommentare. Aber jetzt haben wir noch was anderes. Und zwar den Event-Kalender für Januar. Beziehungsweise wieder den Feldforschungsdurchbruch. Durchbruch. Die Spotlight-Stunden, wo wir immer gucken, was ist das beste Pokémon und der beste Bonus. Was ist das Schlechteste? Was für Raid-Bosse gibt es? Das ist auch die Frage gewesen, die jeden einfach beschäftigt hat. Was kommt? Der Feldforschungsdurchbruch wird diesmal Charnera sein. Charnera kann Shiny sein, natürlich. Also ab 1. Januar, 22 Uhr, kann man das dann bekommen. Ist den ganzen Januar über dann da das ganze Zeug. Charnera finde ich jetzt nicht so krass. Aber ein paar freuen sich und wollen noch ein gutes haben. Als Shiny kann man es auch bekommen, wenn man es braucht. Ja, gut, jetzt war Lapras drin und so. Also, weiß ich nicht. Ich will mal wieder was richtig Cooles oder Seltenes oder sowas darin sehen. Haben wir leider nicht. Dann kommen die wechselnden Raid-Bosse. Ich gehe schon mal direkt. Wir zeigen euch gleich komplett hier diese Übersicht. Guckt euch das an. Viele haben gesagt, wann kommt Kyoko wieder in die Raids? Wann kommt Groudon wieder in die Raids? Und da habt ihr sie. Also nicht direkt, aber es geht los. Am 1.1. bis 5.1. wird es Ho-Oh geben. Das Gute ist, das startet an einem Freitag, geht über das Wochenende hinweg und wechselt jedes Mal am Dienstag 10 Uhr. Das heißt, wir können am Wochenende Raids für Zuschauer mit Ho-Oh hosten. Wer noch kein Ho-Oh hat, kann ein Ho-Oh im Ho-Oh-Raid bei uns, der gehostet wird, bekommen. Ist auch als Shiny verfügbar. Ich hoffe, da machen wieder viele Leute mit und die Mods beteiligen sich. Dann wird das sicherlich eine richtig heftige Sache. Ich habe schon Ho-Oh gemaxed. 2,98er Shiny habe ich. Glücks-Shiny habe ich. Ist natürlich auch ein altes Pokémon. Haut mich jetzt auch nicht so vom Sockel. Aber eine Rage-Stunde gibt es davon ja nicht. Schade. Rage-Stunde hätte ich trotzdem mitgenommen. Weil vielleicht der Andrang trotzdem groß ist. Also das Erste wird sein Ho-Oh. Was sagt ihr dazu? Braucht ihr, braucht ihr nicht? Schreibt es rein. Es ist auf jeden Fall, Raids für Zuschauer wird hoffentlich stattfinden. Ich denke mal schon. Dann nächste Woche, Genesekt mit Flammen-Modul. Hatten wir noch nicht. Das gibt es ja in verschiedenen Formen. Genesekt mit Flammen-Modul wird also in einer Raid-Mania, also in einer Raid-Stunde da sein. Da werde ich richtig zuschlagen. Und dann am Wochenende können wir das auch nochmal für Zuschauer machen. Raids für Zuschauer. Wird eine coole Zeit. Ist auf jeden Fall neu. Ist für mich neu. Ist für euch neu. Ist für alle neu. Ich habe Interesse. Ihr habt vielleicht Interesse. Über Shiny steht jetzt nichts da. Aber das, was letztes Mal da war, gab es ja als Shiny. Mal schauen. Oder sie bringen es jetzt das erste Mal. Und irgendwann. Irgendwann. Beziehungsweise gut. Hier steht nichts von Shiny. Ich glaube, das ist kein Shiny, Mann. Die bringen kein Shiny. Die machen es wieder schlau. Die hauen es jetzt raus und in 10 Jahren nochmal. Und dann als Shiny. Und alle beißen sich in den Arsch. Die ist jetzt schon Raiden. Dann zwölfter bis neunzehnder erster Heatran. Auch in Shiny-Form. Das finde ich sehr traurig. Denn eins der ersten Pokémon, womit wir die Raidmania begonnen haben, war Heatran. Und Heatran hatte glaube ich auch zwei oder drei Raidstunden schon als Shiny komplett. Habe ich auch einen 98er-Schein bekommen. Habe das mittlerweile auch gemaxed. Ist okay. Aber schon wieder Heatran. Kann ich nicht nachvollziehen. Ho-Oh war länger nicht da. Heatran war erst da. Also Heatran haut mich jetzt nicht so vom Sockel. Trotzdem würde ich natürlich Heatran-Raids für Zuschauer hosten. Und eine Raidmania mitmachen. Man nimmt es ja trotzdem mit für Raids, für Punkte, für das Format, dass das einfach lebendig ist. Hätte ich mir aber trotzdem was krasseres gewünscht. Dann wird es aber richtig heftig. Denn von 19. bis 26. wird es Kyokre und Groudon gleichzeitig geben. Das sorgt sicherlich für viel Chaos. Das Gute ist, ich habe 200% Kyokre. Ich habe 100% Groudon. Dank Frau Deluxe. Die gibt es natürlich auch alle als Shiny. Ihr seht, Groudon sieht auf jeden Fall so heftig genial aus. Kyokre sieht auch gut aus. Aber Groudon finde ich persönlich diese Shiny-Farbe einfach einmalig. Wir werden eine Raidmania abhalten. Da werde ich zum Schuss kommen. Da werde ich die Raids machen. Ihr ladet mich ein. Ich nehme einfach an. Theoretisch ist mir das egal, ob ich Kyokre oder Groudon raide. Ich habe von beiden Shinys, Lucky Shinys, 100er. Ich nehme einfach an, was ihr schickt. Fertig. Dann wäre es wohl sinnvoll, weil das auch nur ein Wochenende ist, dass man zum Beispiel sagt, Am Samstag hosten wir Kyokre-Raids von 11 bis 17 Uhr. Und am Sonntag hosten wir Groudon-Raids von 11 bis 17 Uhr. So könnte man das aufteilen. Wenn die Mods mitmachen, wenn Leute da sind, das wird auf jeden Fall eine richtig heftige Zeit. Ab 26. bis zum Ende des Januars kommt dann noch ein unbekanntes Pokémon in die Raids. Und bitte bringt was Neues. Ihr habt so viel jetzt recycelt. Jetzt recycelt ihr wieder Ho-Oh und Heatran und Kyokre-Groudon. Die sind ja cool, aber sie sind halt schon so oft da gewesen. Dann recycelt doch mal Palkia Dialga und bringt die als Shinies raus. Oder haut halt Kyurem nochmal rein, aber als Shiny, mir egal. Aber immerzu Heatran und Ho-Oh ist auch ausgelutscht, dass der noch fliegen kann. Das wundert mich. Das klingt auf jeden Fall richtig. Ich glaube, Raids... So viel Abwechslung jetzt trotzdem im Januar. Die Raid-Manias werden korrekt werden, glaube ich. Die Raids für Zuschauer werden einschlagen wie eine Bombe, bin ich mir sicher. Auch wenn der Andrang nicht so hoch ist, können Einzelne dafür halt 10, 20 Raids dann an dem Tag machen, wenn sie Bock haben. Rampenlichtstunden. Wir sind noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen. Die Rampenlichtstunden. Am 5. Januar wird es Yorclef geben. Yorclef mit Doppeltfang-Sternenstaub. Erstmal ganz kurz, wenn ich dieses Bild sehe, ich weiß, Yorclef gibt es als Shiny. Yorclef gibt es als Shiny. Knilz und Funpy gibt es nicht als Shiny. Yorclef ist wohl das trashigste Pokémon von den Vieren, was man auch so am häufigsten trifft. Funpy ist wohl am seltensten von den vier, würde ich sagen. Sieht man selten, sieht man gar nicht mehr. Ich finde von den Pokémon eigentlich Funpy am coolsten. Auch wenn es nicht Shiny sein kann. Hat leider nur doppelte Verschick-Bom-Boms. Natürlich finde ich am besten wieder Doppeltfang-Sternenstaub. Den gibt es bei Yorclef. Yorclef, also absolutes Trash-Pokémon. Kann man Bon-Boms sammeln, mal eins auf Level 50 pushen. Dann hat es seine, ähm, ja, Doppeltfang-Sternenstaub, sonst was. Keine Ahnung, diese Kombination mit Shiny und Stau passt. Da ist vielleicht für die Leute was dabei. Driftlorn immer noch mit doppelten Fang-EP. Knilz, doppelte Fang-Bom-Boms. Aber das für eine Entwicklungs-Session bringt euch ja eh nichts. Aber Fun-Pie finde ich als Pokémon einfach richtig süß und knuddelig. Ich würde trotzdem sagen, Fun-Pie meine Lieblings-Rampetlicht-Stunde wegen dem Pokémon. Außerdem steht hier noch kurz, weitere Events sind auch noch angekündigt. Beruhig dich. Zudem werden im Januar wöchentliche Events zu den verschiedenen Regionen stattfinden. Wir hatten ja schon das Carlos-Event, ja, also die Feier zur Carlos-Region irgendwas. Beginnend mit dem Einall-Event ab dem 5.1. Schreibt euch das also auch mal auf. Wöchentlich für jede Region ein anderes Event, eine andere Veranstaltung. Ebenfalls Anfang Januar, Januar, Janunga? Januar wird die Sammler-Herausforderung beginnen. Was sich dahinter verbirgt, ist noch nicht bekannt. Okay, ihr seht, das Jahr geht dem Ende zu. Wir sind im Weihnachtsevent, dann folgt das Neujahrsevent und dann geht es aber auch gleich weiter. Ihr werdet mit Raids überschüttet und wöchentlichen Events im Januar. Die Rampenlicht-Stunden sind da. Schreibt ihr mal rein, auf welchen Raid-Boss freut ihr euch am meisten. Ich glaube, das mit Kyoko Groudon wird einfach das krasseste Wochenende. Einen Tag Jog, Einen Tag Roudon, Shiny-Jagd, sonst was, Bonbons, Gut-IV, hin und her und Rampenlicht-Stunden. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, schreibt, was ist eure Lieblings-Rampenlicht-Stunde? Genau, meine Fun-P, wie gesagt. Was denkt ihr, diese Sammler-Herausforderung? Schreibt mal alles rein, das war es von meiner Seite aus. Ich muss jetzt Geschenke machen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis dahin, Peace out, Vorhaut.